Charly macht Chaos. Judy und Kingpie renten direkt auf B oder? Ja, ich gehe auf die Straße, wenn da was rüberrennt, können wir die auch direkt abfangen. Warum habt ihr nicht das Bootec angezogen, ey. Warum bin ich der einzige Depp? Ey, ich bin auch so ein Boote. Da ist er schon. Du hast ja nichts anderes. Warum bin ich jetzt der einzige zu? Einer ist schon auf B von denen. Jo. Ich habe nicht gesehen, Pepe. Hast du mit mir mit? Da ist einer. Boah, habe ich. Im Haus einer. Einer ist im Haus bei C. Einer ist A hinten, der Ecken-Spot, wo sind wir hocken. Ich bin ja allein auf A. Ich komme zu A. Einer ist im Haus bei C. Einer ist A hinten, der Ecken-Spot, wo sind wir hocken. Ich bin ja allein auf A. Komm zu A. Da ist er weg. Ja, hol A. Da ist noch einer, der ist markiert. Da ist noch einer. Auf der Straße der Assi? Ja, nice. Boah, ich sehe nichts. Ah, kacke. Spying-Heater noch mal A, außen. Richtung anderen Häuser-Seite. Noch einer am Leben. Das ist Heater. Der ist noch in der Ecke. Ja. Nachspawn. Ja, ein Ausdruck ist das. Ah, World Pippi ist noch da. Ich habe Magic, Fancy, Mandy. Ich habe zwei. Ich habe den anderen. Noch einer. Spying-Heater nur noch. Einer rennt außen A. Nee, doch. Geht jemand nach B. Geht noch nach B. Ich glaube nicht. Ja, ich gehe zu B. Ich bin bei B auf dem Dach. Alles gut. Ja, ich bin auf dem Dach. Ja, ich bin auf dem Dach. Wo? Oh, fuck. B kommt. Wo? Ja, ich sehe es. Einen habe ich. Einer rennt. Da war noch einer. Blaue Kiste. Blaue Kiste. Habe ich. Nice. War da einer wo? Schuld sei. War alles nicht ganz so tragisch. Im Haus. Danke. Fast ganz voll. Bin wieder in der Schule. Da schießt was von C schon. Ja, die Spawn C hinten. Einer markiert. Ja, ist rüber gesprungen. Ist direkt am Space-Bot. Einer ist Haus C. Hinter der Kiste. Haus C markieren. Ich glaube im Hexenhaus ist einer auf dem Dach da hinten. Ja, zwischen A und B. Irgendwann lassen wir spawnen. Einer blaue Container hier, mittig. Markiert. Oh, der hat sich bei B. War aber loben. Bei B einer. Schule kommt einer rein. Unten im Haus. Und eine Alpha. Ich bin leer. Keine in der Schule. Da kommt jetzt aber, die sind halt auf B, ne? Alpha auch. Kicken. Vorsicht, da ist glaube ich noch einer. Ich bin tut er leer. Das ist auch 7er. Ich hab den bei B. Ich hab den bei B. Ich hab den bei B. Vor C auf der Straße. Vor dem Haus. Noch zwei am Leben. Drei wieder. Ich hab noch einer auf der Straße. Beim Container. Ja. Slow, 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 Leute. A geht. Hol C, hol C. Ja, hol C. Bleibt mal Kingpin. Ich hab Glück. Och, Mann. E-Mail. Einen hab ich bei B. Äh, bei A. Ja. Ich zieh A. Gut, das sind die ja. Ich bin auf der Schule. Oh, ich bin tot. Oh, ne, bei A sind die noch. Wo ist der? Wo ist der? Wo ist der? Wo ist der? Charlie ist auch was? Komm runtergesprungen zu Charlie 2. Ok. Kürz. Wir haben sie in die bei A. Einer links. Ja, nice. Dann noch einer. Ja. Einer C noch. Einer C noch. Die wieder zu C. Einer B. Markiert. Gelber Container. Nicht markiert. Einer blau kommt hin. Einer gelber kommt hin. Nee, nee. Außen hat mich. Außen hat mich. Außen B. Push zu A. Die haben außen B spawnen, ja. Die haben kein B. Ich hab B. Richtung andere Seite. Nicht Richtung A andere Seite. Na, das ist noch am Leben da. Charlie. Charlie einer. Ich hab C spawnen. Ah, scheiße. Fancy Mandy kommt auf A. Zwei kommt auf A. Fancy Mandy hab ich. Ne, Nordpip hab ich. Wo ist Fancy N? Hab den, den der C eingenommen hat. Das zieht B wieder. Push, 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 push. Nicht retten. Rechts, rechts, rechts. Ab noch einen bei C. Nach sechs hat er bei A. Stieß am Haus. Bleib du bei C. Ne, in der Ecke ist auch in order. Slow in. Markiert. Bleib bei C. Ich bin wieder down. Network steht da noch bei A. Ja, strikt Beschuss. Zwei Leben. Drei. A hab ich. Vier. B ist einer. Zwei sind bei B. Zwei sind bei B. Links von B außen. Zwei sind bei B außen. Zwei B. Mit oben. Da war noch einer links. Links von B. A oben C. Hinter C. Bei C im Haus. Bei C im Haus. An der Fleck. Zwei. Zwei. Sehr gut. Zwei auf Schaden. Versuch. Ja. Schule oben. Zwei Leute. Oben. Spotted. Hab beide. Ich komm auf A. Hilfen. Ah hier ist er. Loll. Hab ich. Hast du? Gut. Von C hinten rum zur A. Hinten rum zur A. Hinten rum zur A. Komm. Hinten da wo sie mal in der Ecke hängen bei A. Bin in der Schule. Bravo Joll. Wie gesagt A hinten wo sie in der Ecke hängen bei A. Ja das steht grad hoch bei B. CC. Der ist hinterm Container bei B. Hinter dem kleinen. Oh der hat mich. Bei A. An der Mauer. Ach shit. Richtung A bei B an der Mauer. B kann nicht gezogen werden. B ist noch einer hinter der kleinen Kiste. Hab ich. An der Kiste. Holt ich. Mal ein kurzer. Kleine Nade. Bei mir. Bin down. Der war noch an der Mauer Richtung A. C A. Okay. Da ist einer. Oh. Leider greif im Haus bei D. Achtung wer weiß dass wir hier sind. Was machst du da? Nicht über die Wand. Ich komm nicht über die. Ich komm nicht da rein. Ich weiß nicht. D G. Ah fuck. Einer Schule unten links. Ja. Ich will sehen. Fancy Andy in der Schule glaube ich. No. Fancy Andy Schule unten. Straßenseite immer noch. Ja. Andy hab ich. Noch zwei am neben. Von den. Von den. Getsmart im Haus. Ja. Im Haus. Da sind zwei bei D außen rechts. Noch einer im Haus. Auf den zwei. Ja. Gehen wir dann in die Schule. C spawn hinten oben über C. Spawn. Ja. Um über C einzunehmen. Kommt mit. Kommt zu C runter. Mitig. Gelber Quartener. Ja. Ich krieg Beschuss von über C. Ich bin in der Mitte gestorben. Ich bin in der Mitte gestorben. PP zwischen. Puschen nicht bei C. Ja. Einer super low. Im C Haus. Drei oder zwei bei C. Ab einen bei C. Ab einen. Nice. Der war angeschossen. Ich denk wir müssen jetzt auf A aufpassen. Außen und nach A. Nee. Außen A. Also noch zwei bei C. Außen. Drei. Drei. Ich pushe jetzt zu A oder nicht A? Einer pushe zu A. Einer hat mich bei C. Ja. Einer rennt zu A. Zwei rennt zu A rüber. Ich seh nichts bei A. Einen hab ich. Einen hab ich. Den anderen hab ich. Charlie. Ja. Aber noch einer hab ich. Da schmeißt einer Nails auf die Schule hoch. Ist nicht erlaubt. Was? Nicht auf die Schule. Gucken wo aus der Mitte war. Das würde aus dem Haus kommen. C spawnen. Zwei Leute auf B. Hier sind bei C gespawnt. Weißer. Blauer Cartier bei C. Ähm. Fancy Andy bei C. Ja da war das. Doch einer da. Einer geht auf B. Ich hab ihn gespottet. Ja. Ich hab den im Lake. Lasst ihn. B außer dem Gebäude. 2. Zwei. Einer hat gespawnt. Einen hab ich. Sehr gut. Ich bleib Charlie. Geht zu A. A geht. A spawnen. Wahrscheinlich. Ja hab ich. Ihr könnt A auf gehen lassen. B geht. Was B geht? B geht. Hä? Ah der ist am gelben. Ein hab ich. Das ist noch meiner. Im Gebäude. Einfach mal nade an den gelben. Hab ich. Oder so. Jawohl Pepi. Danke. Zwei in der Schule. Hab ich. Einen hab ich in der Hälfte. Ja beide down. Beide down. Strom auf dem Dach. Nichts Beinkheater. Äußersten Dach rechts. Einen hab ich da hinten auf dem Dach. Einen hab ich da hinten auf dem Dach. Einen hab ich da hinten auf dem Dach. Das war der. Noch zwei am Leben. Mal A. 3. C geht. A außen. Bei mir fehlt zwei Stück. Noch einer. Noch einer. Einen hab ich. Unter der Mauer. Geh weg. Geh weg. Wo ist er hin? Hat mich. Angry Fuge. Angry Fuge. Da ist keiner mehr. So viel Zeit muss sein. Also da waren auf jeden Fall zwei. Ich hab beide. Ich hab zwei. Kommt einer zu B. Wieder da hinten rum an der Mauer. Für A kommt auch was. Oh schlecht mich. Bei D. B. Ist aber low. Ist hinterher im Container. Der Fancy Mandy. Ach man. Bei mir. Im Haus. Bei B. Mindestens zwei bei B Richtung A unterwegs. Jetzt nicht unnötig. Dieter SVB. Lager ziehen. Ich bin bei C. Auf dem Dach. Naja. Links von C auf dem Dach. Ein Headshot. Drinne. Ist down. Einer hab ich bei B. Schön. Ja ich hab den anderen bei B. Einer Charlie. Oder die anderen beiden. 2 gegen 3. Alle Charlie. Geht schnell B holen. Ja ich hab B. Gut. Kommt schon in 8. Geil. Der läuft durch die Schule einer. Bringt seine Schule runter. Hat mich. In der Schule Bob Baumei. 55 hat er noch. Oben Schule. Ist down. A geht low. Danke. A deinem C Haus oben. Schule oben hab ich. Oh scheiße. Püppi ist bei A. Low. Hey. Auf dem Dach. Bei C hat mich. Alleine. Ja alles gut. Geht auf C. Wenn dann. CB. Wollen bei O. Komm wir gehen auf C. Wollen bei B. Damit wir dann nochmal irgendwie den verteidigen können. Pause. Oh der Schule. Wo ist der? Baumei ist zwischen den. Zwischen Mauer und A. Und B ausgesehen. Ich spring runter von A Richtung B. Vor der Schule kommt jetzt gleich was. 2 und 3. 1 hab ich. Pause hab ich. C. Ich zieh C. Lauf weiter. Oder bleibst du hier. Okay. Ach hatte ich bei A bei B. Fail. Ja hab ich gesehen. War zwei. Eine durchs Tor und eine dann Container. 7 HP bei Onspot. End auf A. Nice. Da im Haus drehen. Die Fanny ist da. Aaaa! Ich hab's gesehen. Nicht getroffen. Wir gehen daun. 4 Tickets noch Leute. Grab ein C spawnen. Ja das ist ein klepper, wenn's geht. Ja da ist aber noch einer irgendwo. Ich auch. Bin zählt. Ist noch einer. Einer bei B und in der Ecke ist einer bei B. Über der Mauer, hinter C. Raus B hab ich einen. Der kommt rum jetzt hier vorne. Da ist noch einer bei C. Peter noch bei C, hinter der Wand. Alles down. B ist noch einer Container, gelb hinten, einer im Haus. Und einer im Haus. Zwei Tickets noch. Das war einfacher als gedacht. Das war echt unnötig, Tickets verloren am Ende. Stimmt ja, 80-0, schreib mir das mal mit auf. Das kann man sich merken, musst du dir nur eine Rückrunde jetzt empfehlen.